Yo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Aura Plus. Ja, eine Runde ist voll geworden. Es werden doch echt Wunder noch wahr in dieser Welt. So kommt es mir aber langsam echt vor. Das ist so krass, wie lang ich schon im Lobby gewartet habe, bis ich jetzt endlich mal in der Runde wieder aufnehmen kann. Ach, es sind gute Zeiten. So, komm. Ah, 2-1 hier erstmal. Ich bin in dem einzigen Zweierteam natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Aber das schaffe ich natürlich trotzdem, wie immer. So, ja. Komm her. Ja, feiner Junge. Feiner bisschen, ne? Ja, komm. Lass ihn voll off-finishen. Tja, ne? Scheiße ist es. Da bringt es dir nichts, dass du ein Dreierteam hast. Ah, da ist ein Mate. Okay. Oh. Uff, knapp. Ist der andere tot? Ne, schade. Doch, ist er. Sehr schön. Meine, aber auch mein Mate? Bitte nicht. Okay, der hat schon mal überlebt. Nein, mein Mate ist tot, oder? Oh Gott. Ihr Moin, der ist mal falsche Taste gedrückt. Äh, komm ich da hoch? Ne, komm ich nicht. Okay, da komm ich ja hoch. So. So geht es. Dann dahin. Und dahin. Moinsen. Na? Hast du Bock zu kassieren? Ja, sieht so aus, oder? Oh. Ja, das ist ein richtiges Spiel, wer die meisten Pearls hat hier. Und damit ich sie rein scheißt. Vor allem das Zweite ist bei mir entscheidend. Und eventuell noch, wer die mehr Teammates hat. Wobei aktuell wasstet er deutlich mehr Pearls. Sieht also ganz gut aus. Ja. Ja, er struggelt ziemlich. Okay, jetzt bin ich in der schlechteren Position. Aber er scheint low gewesen zu sein. Ich hab auch nicht mehr zu viele Pearls. Schau mal hier runter. Ja. So. Komm, ich klopp dich mal weg, Junge. Na, bekrägt die ja sowieso keins. Okay. Die wird nicht ankommen. Ja. Wusste ich es doch. Zumindest nicht ordentlich. Oh. Ähm. Ja. So. Ich bin fast tot. Hab fast keine Pearls mehr. Läuft gut. Ganz so aktuell, ne? Komm, bitte, bitte, komm an. Bitte, bitte. Nein. Ach. Und gerade einmal zwei Minuten später ist die nächste Runde voll. Ich komm mir vor wie im Paradies. Wirklich. All die Jahre. Wollte ich doch gar nicht mehr als das. Ich bin Team Rot. Okay. So. Den einen Fall hast du ja gut gewasted, Junge. Danke. Du hast deinen Mate gerade in den Tod befördert, so wie es aussieht. Wo backst du denn rum, Junge? In welchen Welten? Inselben, in denen ich gerade aktuell rumbacke. Okay. Ich bin dann weg. Der Tüten nicht. Mein Pfeil hat gerade ein bisschen gebackt. Nein. Na komm, Junge. Wo ist mein Team, bitte? Warum muss ich alleine fighten gegen drei? Das kann es auch nicht sein. Uff, Glück gehabt. Ähm. Äh. Oh Gott. Ich panicke gleich. Ich gucke mal in die Mitte. Da ist noch ein Gelber. Sehr schön. Wo sind meine Mates? Ach, ich habe keine Mates mehr. Ach so. Ja, dann. Ah, das ist kein Thema. Dann kann ich ja frei rausspielen. Sonst habe ich immer noch Verpflichtungen und so. Muss ja für mein Team gewinnen und so. Man kennt das ja. Und so. Aber jetzt habe ich nichts mehr zu verlieren. Tja. Und das ist euer Ende. Weil jetzt bin ich gewohnt, alleine gegen Teams zu spielen. Weil das passiert irgendwie jedes Mal. Und wenn jetzt nicht noch der andere grüne. Ah, perfekt. One versus one versus one. Fairer kann es eigentlich nicht mehr sein. Ja. Ja. Komm. Und weg mit dir. Sehr schön. Wie in Nepal gewastet. Also er halt. Nicht ich. Ich mache sowas nicht. Junge, jetzt geh doch nicht auf mich. Geh doch auf das Ex-3er-Team. Jetzt teamen die gegen mich oder? Das ist ja skandalös hier. Ja, wo komme ich hin? Lol, verarscht. Wo war das los? Moin. Oh, aua. Ja. Alter. Berechnet. Oh. Lol. Danke für den Kill. Seine Mutter hat den PC ausgemacht. Wo ist das Zeug hin? Er ist noch nicht runtergefallen. Hä? Ja. Du bist der letzte Überbleibsel von dem 3er-Team. Dass er mich nicht klein bekommen hat. Viel Spaß wünsche ich dir noch. Oh. Nein. Er hat so überheblich vielleicht gewesen. Komm, bitte, bitte. Pff. Eine Pearl noch hier. Moin. Vielleicht ein bisschen sehr überheblich gewesen, ne? So. Das Juck jetzt auch nicht mehr. Ah, Joga. Kommt echt. Krass. Weil hier kann ich nicht rausfliegen erstmal. Dann gibt's noch ein bisschen längeren Endfight. Und nicht ein Hit und ich bin direkt tot. Weil die sind irgendwie nicht so spannend. So. Hier können wir noch kurz schauen. Da krieg ich seine Rüstung noch down oder sowas Leckeres. Der tut hinter dir ist nix mehr, ne? Ja. Merkst du selber, ne? Merkst du selber. Und da muss er Pearls wasten. Aha. Komm doch hoch. Irgendwas macht der Typ, Alter. ... ... ... Ahaha, irre. Alter, richtiger Ehrenmann, okay. Ich weiß nicht, wie viele Girls er noch hat. Wenn er dann ein übelst krasser Ehrenmann ist, hat er ja Hälfte gegeben. Dann hat er dann noch sechs Pearls. Pearls. Aber das weiß ich halt nicht. Und darauf verlassen kann man ihn nicht. Aber ich spiele trotzdem mal ein bisschen vorsichtiger. Lass ihn die Pearls wasten und nicht mich. Ist allgemein immer ein guter Lösungsansatz eigentlich, Jungs. Merkt's euch. Oh Gott. Uiuiui. Nein, nicht, nö, jetzt nicht mit dem Bogen, okay. Sonst mache ich auch. Aua. Hat ihn wohl nicht so beeindruckt. Okay, er steht 2 zu 2 bei ihren Pearls. Ich glaube, keine Pfeile mehr. Okay. Wenn er Hälfte gegeben hat, nur noch drei Perlen. Nur noch zwei. Oh, unten war der Lava drin. Oh, okay. Das muss ich zum Vater nutzen. Ah, GG. Ehre. Ah, der ist schon geliebt. Aber trotzdem, Junge. Falls ihr das siehst, ich denke es zwar nicht, aber es könnte ja sein. Absolute Ehre, ja. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns bald im nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.